Hallo? Ja, gut, gut, gut. Ähm... Und herzlich willkommen zu einem neuen Display von Nore Reuben. Einmal Oli, den Vigo-Fan. Und einfach, der ist schon mal zu mir gekommen. Äh... Er ist zu mir gekommen, dass später mal sehen, ob er wieder mitmacht. So, wir haben hier ein für die Pile-Skin entworfen mit der 4.13. Und vor Ort von Paula Reinsatz. Ähm, ja. Ne, keine Werbung machen. Aber, ähm... So, du ruhig mal auf dem Kanal von Diebischlein, das ist ja vorbei schon. Irgendwo in meinem Kanal-Piece verlinkt. Ach, ich bin so zauberndass armer, man. Du auch, ne? Ja. Mr. Fagani. Wir werden gleich angehalten vor der Polizei. Tschüss. Wie werde ich mir merken? Dein Name. Also... Wir geben das mal in schönen Gas. Mal rum rum. So, wie du bei jedem ersten MOF-Superhörn stand es exakt, weil ich bin schneller, wofür ich werde es jetzt immer dahinter schreiben, MOF-Superhörn. Was? Mal rum. Das Nummer vierten, wisst ihr? Okay. Okay. Ja. Ach so, ähm... Votet mal uns in den Comments. Soll ich nur ein Film mitmachen? Ja oder nein? Ja. Ich spiele jetzt gleich nicht gerne alleine. Und dann wird es ziemlich blitzig. Und dann wird er ernst. Ja. Ich bin nicht glücklich. Ja. Ich bin nicht glücklich. Ich bin nicht glücklich. Ich bin nicht glücklich. Ja. Dann nämlich gerade die Fahrrad-Küse. Es werden ja so fahren. Die Werte haben ja auch. So. 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 Dann geht's los, wenn wir in der Fahrrad-Küse fahren. Mit dem drüben nach vorne. Vielleicht kann ich das denn wirklich alle... Ich gehe einfach mal auf den Kanal schon... Och ja, Mann! So wie blöd seid ihr eigentlich alle hier? Das macht alles gleich. Oh! Oh mein Gott! So. 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 So, so. So, so. So, das hat eine kleine Einblick. Ich warte 10 Minuten, ich bin klar. Ich bin klar. Ich hab 5 Minuten, ich brauche. Ich hab, ich will linksbesser. Hi! Hi! Ich hab' noch keine Blieb. Ich hab' noch keinen 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 Blieb, der kiezen wir heute. So, kiezen wir den Blieb. Für die meisten die Blieb zu nehmen. Für die meisten Autos sind das aus der stellechen. Oder für manchehyd. Das ist auch ein Blieb. Dann könnt ihr die ob davon auslösen und dann hab sie noch frischere Blieb. Den Blieb, der von einem Blieb, der von einer Blieb. Auch wenn man das sieht. Und dann achten wir, dass wir nicht eingeschraubt werden. Die Bescheidung, die mir noch irgendeine Begründung gehört, die S64 AMG oder so. Ja, S64 AMG. So, setz mich rein. Was soll's denn mit dem China? Das war mit dem China. Kein Auto, den auch nicht mehr kaputt ist, oder? Doch, 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 der Audi, 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 Audi. Ach der schon wieder? Mhm! Der Audi, er ist schon ein bisschen mehr lang, der so ein bisschen mehr kaputt ist. Ja, dieses ist eigentlich schon auch nicht so. So, 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 so. So, dann fahren wir mit dem Vorgas auf die Autobahn. Ich bin jetzt Alarm Procouf war alt. Genau, Alarm Procouf war alt. Und zwar so ein komisches orange Fackbox raus. Äh, das ist drin. Da hat sich immer ein Computer angeboten, da hat unsere Schüler immer irgendwas kaputt. Da hat er mal YouTube gemacht halt. Und halt nicht klöpfisch oder sowas. Ähm. Und hat ohne Ton. Und immer wenn dieses Vieh gesprochen hat, hat sie sich tot gelacht. tactical. Dieses verrückte... Äh 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 äh... Und ähm.. In unserer Schule.. Das hat jetzt immer einer mit so einem Bus und einem gewachsenen Taktbus rum. Das hat keinen Sinn, finde ich. Da kann ich noch auf, wo ich nicht mehr kenne. So, das ist nah. So. 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 So, so. Alter! Immer viele auf der Autobahn! Immer jetzt immer viele von den anderen Herren. Und jetzt habe ich die Stühle gerade. Ich bin alle wieder rein. Maaaannn! Alter! Komm ich da hoch, weil ich sofort Lkw rein hatte, dann sollten so ein cooles Auto noch rein. Und wie lange geht das Video schon? Ach, oh, oh, wie soll das eigentlich? Das ist doch so ein Blechschaden, Alter! Und was warst du, Mann? Das ist doch ein Blechschaden! Jedenfalls, was noch eingefallen ist, wir werden vielleicht ein Voting machen, hier unter diesem Video. Und wenn ich da nochmal eine halte Miete dazu mache, schreibt einfach, ich schreibe einen Kommentar drunter, Ja, ihr wollt einen Miet-Verspeed-Maus-Wundet-Let's Play? Und einfach Nein, ihr wollt keinen Miet-Verspeed-Maus-Wundet-Let's Play. Und dann wird dann einfach nur Daumen hoch gegeben. Und dann werden sie das auswerten. Und wenn es gleich ist, dann werde ich selber entscheiden. Weil es kommt ja auch von der Zeit her, ob ich es schaffe, das alles zu machen. Jetzt haben wir Let's Play. So, wir fahren jetzt noch ein Stückchen, ein bisschen herum. So, ich bin voll los, Alter, wie der Böden-Ulte-Sieh-Mir. Und zwar nur ein bisschen, wie du in diese Minuten hast, wie du in diesem relativ viel Essen hast. Ich hoffe, du überraschst dich nicht, das war der Fünste. Ich habe doch keine Antwort auf euch gesehen, wie so ein Drabi! Ich hab'eschfert drin, Alter! Ich hab' die Fünste, ich hab' das nicht vergessen, Alter. Und ich hab' die Fünste, ich binaudi, du verstehst du. Ich hab' die Fünste, du bist schon common. Ich hab' die Fünste, ich hab' die Fünste, du bist schon Claro! Ich hab' das nicht richtig sichergestellt. Ich hab' gerade so viel Spaß gemacht, Ich hab' mal eine Aufmerksamkeit genommen, ... war ein Fünste, ich hab' das schon frei und am nächsten Paragично, es war das letzte Woche. Jedenfalls, ähm, ganz geil, leider, leider. Ein Tier. Also, hat nämlich, ähm, ist ein Kanker einfach so, wenn er explodiert, und boomt. Ist einfach, ich denke, sein Chicken Baby Bild durchgefahren, wie vorhin gesagt. Ja, hat erstmal vorne diese, die Teil ist, diese, zwei Zulogger dran. Die sind dann immer und so weitergefahren, und ich brauche, ich brauche. Shut up. Oh, das ist schon recht. Gut, dann würde ich sagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh, ja, du meinig, Alpin. Ah, ich hab noch nicht geschüßt. Machst du raus? So.